Auf der Mein Schiff 7 erlebt der Champagnertreff eine Wiedergeburt. Im Bereich des Diamanten auf Deck 5 im Steakhouse Surf & Turf führt eine Treppe hinauf auf Deck 6, wo man den Champagnertreff findet. Über den Kabinengang auf Deck 6 hat man auch die Möglichkeit, diesen Bereich barrierefrei zu erreichen. Auf der Mein Schiff 1 und 2 war an dieser Stelle ein zusätzliches Sonnendeck für Suiteengäste, das aber offensichtlich nicht besonders gut angenommen wurde. Nun hat man hier diesen wunderbaren Bereich geschaffen, ähnlich wie auf der Mein Schiff 3 bis 6, nur eben ein Deck höher mit dem wunderschönen Champagnertreff und einer hervorragenden Einrichtung mit sehr, sehr gemütlichen Lounge- und Sitzmöbeln. Wie der Dame schon sagt, bekommt man hier vorzugsweise Champagner und andere Spezialitäten. Insgesamt ein sehr schön eingerichteter Ort, an dem man auch mal einen Kaffee genießen kann. Die Möbel sind fantastisch und der Blick auf die Heckwelle ist immer einen Besuch im Champagnertreff wert. Die Möbel sind Untertitelung des ZDF, 2020